Roman Kinast, der hier das 2 zu 0 für die Wiener Austria erzielt hat, das schien die Situation schon verloren, nachdem Borgon den Ball gefischt hat auf gut österreichisch. Aber Vrysic konnte hier die Situation retten, setzt nach und dann die Klugeflanke direkt auf den Kopf von 2 Meter Hühne Roman Kinast und der lässt Königshofer keine Chance. Bartosz und damit steht es hier nach 52 Minuten 2 zu 0. Herrlich herausgespielt, dieser Treffer für die Austria, von der linken Seite nochmal die Flanke kurz abgespielt und da kann, glaube ich, Tomas Jun den Ball nicht treffen und dann überlegt und mit viel Übersicht, Tarev Vrysic sieht nicht ab, sondern eine Maßflanke auf den Kopf von Roman Kinast und der köpfelt ein vor der Osttribüne und jubelt dann gemeinsam mit den Fans der Wiener Austria. 2 zu 0 hier in diesem großen Wiener Derby für die Austria und Rapid, wie wird sich das Team von Peter Schöttl von diesem Schock erholen? Anstoß bereits ausgeführt und gleich ein Ballverlust auf der linken Seite. 2 zu 0. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020